Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich krieg hier Setzlinge ohne Ende raus. Das ist doch cool. Boah, wenn Rode und Tabu das irgendwann mal nochmal sehen, ey. Okay. Die erkennen gar nichts mehr wieder. Gucken die nicht ab und zu mal rein? Also ich habe schon länger nichts mehr von denen gelesen. Ich habe ja den Rode auch auf Facebook. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat er jetzt auch sogar nur Freundin. Aha. Wenn ich das richtig, ne? Ja, dann hat er natürlich keine Zeit mehr für uns. Ja, und von Svenja habe ich auch schon länger nichts mehr gehört. Hatte die nun eigentlich ihre Kur endlich mal gekriegt? Nicht, dass ich wüsste. Das zieht sich auch ewig hin, ne? Ja, die hätte ja mal irgendwie zur Kur gekonnt, oder was? Aber dann war ja das nicht der richtige Ort. Einmal war das nicht der richtige Ort. Und... Ähm... Als das andere, wenn ich das richtig interpretiert habe, ne? Ähm... Hat sie dann irgendwie... Ja, ich... Ne, ich sag dir ja gleich. Nicht hier im... Okay. Wenn andere... Ja, wäre schon nett, wenn sie mal wieder gucken würden und so... Ja. Schließlich haben sie das Ganze ja auch mit angefangen. Richtig. Schöne Minecraft-Musik habe ich. Ja? Ja. Ähm... Ich habe gerade gar keine. Krass, Minecraft sagt mir gerade, dass ich hier ein Dungeon habe. Das Dach zählt als Dungeon. Ja. Ja. Hm. Ein katholisches Dungeon. Ja. So, dann will ich mal, äh... In Game-Mod rein gehen und mir das mal angucken, was wir hier fabriziert haben. Ach doch. Das Dach ist aber nicht fertig, oder? Vorne, ja. Der erste Abschnitt hier. So, ich tue mal hier Holz rein. Weil, wenn du jetzt sehen wirst, wirst du nicht mehr sehr viel Holz da drin sehen. Ja, ich habe jetzt mal fünf Stacks reingetan und eins, anderthalb habe ich noch in der Hand. Ich komme mal auch rauf geflogen. Äh, hm. Ja, aber da sieht man schon, dass es eigentlich zu schmal ist, wa? Ja, wie gesagt, wenn Dabba noch die Säulen hinkommen, und die haben ja auch eine gewisse Größe, dann dürfte das nicht mehr so sehr auffallen. Ja, siehste wohl. Passt doch. Schön. Cool, ne? Ja. Ja, und das muss so steil. Kannst du sagen, was du willst. Das ist so. Ja. Ups. Und da, wo die Erdklumpenkloppen dran klemmen, da müssen wir es nach rechts und links weiter bauen. Okay. Ist das also die Mitte, ja? Das ist die Mitte, ja. Das mit der Seite gefällt mir nicht. Da muss noch irgendwas passieren. Dann mache ich mal ein paar Platten und guck mal. Ja. 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 Ach, ich habe ja noch zwei Apple. 21 Setzlinge habe ich übrig. Boah. Ja. Ja. Guckst du, wa? Ja. Das ist, äh, nicht schlecht. Ne? Ja. Ja. Ordentlich. Ach, ich muss mich mal anders hinsetzen. Ja, wa? Das mache ich wie? Das mache ich jetzt mal so. Ja. 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 So. Boah, boah, Fliege, ey. Verpiss dich. Nee. Nee. Fehlen mir noch ein paar. Nee, fehlen mir eigentlich nicht. Ich musste nur... ...hier hin tun. So. 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 Weißt du, weißt du, wenn man so die Platten hier hin macht, da bleibt kein Schnee drauf liegen, ne? Die halben? Ja. Das kann gut sein, ja. So. 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 Gut. Man muss auf jeden Fall ein Lied umschreiben. Das heißt jetzt nicht mehr Diamonds, Algold, Best Friends, sondern die Shift-Taste, ey. Ja. Dieses Fenster hier ist noch nicht richtig. Ne, da waren Fenster noch nicht richtig, das stimmt. Jetzt habe ich eigentlich keine Lust drauf. Oh, jetzt mal. Und? Aha. Du hast es geschafft. Glückwunsch. Wo spawnst du jetzt? Bei mir in der Hütte. Hä? Oh ne, hier im Dom. Wir haben doch im Dom gepennt. Ja, genau. Na, das ist doch ganz gut. Dann bist du ja schnell wieder da. Ja, wieder Level 19. Ach, Mensch. Du, was kann man denn dann noch machen hier? Ja. Wo bist denn du gerade? Ich laufe gerade auf dich zu. Boah, sie sind weit oben. Ja. Kein Wunder, dass du gestorben bist. Beschmeißt du mich etwa mit Nebeln? Ne, ich habe noch oben geworfen, weil ich da jetzt aber drauf bin gerade. Warte. Ach so. Ach. Weißt du, und ich hatte die Shift-Taste gedrückt. Ja, ist mir ja vorhin bei dem Erdblock auch so gegangen. Das war aber wieder schwach von mir. War wieder ohne Ansage. Ja, das geht ja nun mal gar nicht. Das gültet nicht. Das wird gestrichen. Außer Statistik. Eigentlich müssen wir diese dicken, diese vier dicken Säulen bis unters Dach hochziehen. Wenn ich jetzt hier so in der Mitte stehe. Ja. Boah, was für ein schönes Fenster da vorne. Ja, ne? Das ist auch so ein Eyecatcher, finde ich. Ja. Wenn du da drauf zuläufst, du guckst direkt auf das Fenster. Ja. So soll es auch sein. Ja. Ja. Nee, ist sehr schön. Da haben wir bisher gute Arbeit geleistet. Oh, sorry. Das sollte... Ein freundschaftlicher Klaps, ich weiß. Ein schöner Klopfer. Ja. Ja. Den Bogen haben wir sogar fertig. Der Große hier, der wird auch noch mal interessant. Ja. Hier ist ja ein Gewölbe noch nicht fertig, ne? Oder? Boah, bis gerade war ich voll motiviert, ey. Und im Moment ist, äh... Jetzt bin ich gerade gefrustet. Laute. Warum? Weil du gestorben bist? Ja. Ach, Mensch. Bau doch mal ein paar bunte Betten. Oh, ja. Ich hätte gerne ein blaues. Ich hätte gerne ein gelbes. Gelb. Gelb. Aber Wolle hier? Ähm. Glaube nicht, oder? Noch mal ein bisschen schnipp-schnapp. Ach, mach mal. Aber Wolle hier. Was ist das? 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 Können wir uns ein paar Bettchen machen? Willst du ein Hotel bauen? Doch können wir machen, kein Thema. Das ist das große Gebäude haben wir doch jetzt. Ja. Das fände ich cool, dass man jetzt bunte Bettchen bauen kann. Ist auch schön. So, wo bist denn du? Ich versuche hier zu bauen, das letzte Gewölbe hier hinten. Hab' ich schon wieder vergessen, wie die gehen. Nee. Ach so, das dann da. Dann. Soll ich dir schon mal blaue Wolle machen? Ja. Dunkel oder hell? Dunkel. Dunkel bitte. So. Oh, warte mal. Neue Rezepte verfügbar. Mhm, mhm. Muss man daraus jetzt Teppich machen, oder macht man das auch wieder mit normaler? Hm, werden wir sehen. Sprach der Blinde. Da oben bist du. Ja. Versuche dieses letzte Gewölbe zu bauen. Mhm. Was ja nicht so einfach ist. Ne, das glaube ich dir. Ja.